Winkt mal! Schaut mal, was für hübsche Mädchen ich im Auto habe! Yeah! Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum Beauty-Blogger-Event in Frankfurt am Main. Wir sind im Jumeirah Hotel und es gibt ganz viele tolle Neuigkeiten von Feth und Scholl, über die ich gerne berichten würde. Alles seht ihr hier im Video. Ich hatte ganz viel Spaß mit meinen Mädels. Hier ist noch der Fotograf mit dabei, der super sympathisch war. Ich hoffe, ihr freut euch auf dieses Video und ich würde sagen, los geht's! So meine Lieben, ich wollte euch noch kurz das Hotelzimmer zeigen und zwar finde ich es total cool gemacht. Hier zum Beispiel hängt eine Jeanshose. Die gehört nicht mir, nein, die gehört zum Inventar. Hier ist mein Bett und ja, ihr seht schon, das ist so in einem Retro-Stil gemacht. Also ich glaube, ich fühle mich ganz wohl heute Nacht. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es so cool eingerichtet ist. Hier drüben ist noch ein Schreibtisch und hier ist noch eine Tasche für mich. Da habe ich noch nicht reingeschaut, das zeige ich euch dann später. Und hier ist jetzt noch die Dusche und ein Waschbecken. Ja, und ich wünsche euch jetzt weiterhin viel Spaß beim Video. Guten Morgen! So, ich habe mich jetzt mal fertig gemacht. Ich wollte euch aber noch einen kleinen Tick von mir zeigen. Und zwar ist es so, egal wo ich bin, ich muss immer das Bett machen. Ich weiß, dass jetzt die Putzfrau kommt und das Bett natürlich frisch bezieht. Aber zu Hause zum Beispiel verlasse ich nicht das Haus, bevor nicht das Bett frisch gemacht ist. Und ja, das ist ein kleiner Tick von mir. Das wollte ich euch mal kurz zeigen. Aber ich freue mich jetzt wahnsinnig auf die Mädels. Es geht los zum Blogger-Event. Winkt mal! Schaut mal, was für hübsche Mädchen ich im Auto habe! Und wir sind zu spät, ist klar, ne? Weil Heidi fährt. Okay, also bis gleich! Winken! Ciao! Macht das, was ich sage! Ja! Merke ich immer so, dass wenn Männer auch diesen Express-Pedi ausprobieren, dass die immer ganz begeistert sind, weil die immer vorher etwas im Maul waren, was das angeht. Kurze Pause! Es gibt lecker Essen! Yummy! Wen ist da für euren Mund mehr? Beim Essen gefilmt zu werden, ist natürlich wieder typisch Heidi, ne? Okay, also bis später! Ich blende euch jetzt mal die Filmsequenz ein, die wir uns auch angeschaut haben, die das elektrische Warmwachsset am besten beschreibt und ihr werdet es auf jeden Fall lieben! BED präsentiert das neue Spa-Wachs. Ein vollständiges Heißwachs-Haarentfernungssystem. Geben Sie einfach die passende Anzahl von Wachsscheiben in das Gerät. BED Spa-Wachs einschalten und 30 Minuten lang aufwärmen lassen. Während das Wachs schmilzt, können Sie voll und ganz entspannen. Das Wachs ist bereit für Sie. Sie genießen den zarten Duft und fühlen sich wohl. Das Wachs behält die ideale Temperatur und bleibt schön flüssig während der gesamten Anwendung. Tragen Sie das Wachs jetzt einfach mit dem Spatel in der Haarwuchsrichtung auf. Ganz ohne die üblichen Fließstreifen. Schon nach wenigen Sekunden wird das Wachs hart und Sie können es gegen die Haarwuchsrichtung abziehen. Nach dem Wachsen entfernen Sie einfach eventuelle Wachsreste. Ihre Haut ist glatt und perfekt gewachst für bis zu vier Wochen. Ein professionelles Ergebnis. Zu Hause. BED Spa-Wachs. Erleben Sie das Verwöhn-Ritual. Ich möchte mich noch bedanken für euer Kommen und euren Einsatz. Ja, und auch bedanken beim Team für die Organisation. Bei der Sarah, Uta, Sarah und für unseren Experten Andrea und der Katja. Wir gehen shoppen! So, da sind wir wieder. Wir haben jetzt unsere Haarbehandlung. Wir freuen uns schon total. Gamze, man sieht dich nicht. Wo ist Gamze? Arme Gamze ist nicht im Bild. Sandy! Ja, genau. Also wir haben jetzt unsere Behandlung. Wir freuen uns schon total mega. Und das war es dann eigentlich auch schon von uns. Wir waren jetzt noch kurz im Primark. Und sind noch ein bisschen spazieren gegangen. Aber sonst ist eigentlich nicht mehr viel passiert. Okay, meine Lieben. Also ich hoffe, mein Follow-me-around hat euch gefallen. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao! Lass die Gamsen! Tschüss! So, meine Lieben. Jetzt geht es an die Behandlung. Ich habe mich eigentlich schon von euch verabschiedet. Aber ich muss euch das jetzt unbedingt noch abfilmen. Ich freue mich jetzt natürlich riesig drauf. Und werde es genießen. Mal schauen. Vielleicht filme ich noch das ein oder andere mit. Aber ja, so seht ihr das jetzt. So sieht es jetzt hier also aus. Und ich freue mich drauf. Und ich freue mich drauf. Ich verlinke euch natürlich meine Mädels unten in der Infobox. Schaut mal bei ihnen vorbei. Lasst ihnen liebe Grüße da. Und wenn ihr mögt, ein Abo. Da freuen sie sich. Ich bedanke mich auch recht herzlich beim DM-Team für die tolle Organisation. Für den wunderschönen Tag. Ich werde ihn wirklich in Erinnerung behalten. Vielen Dank und bis bald. Ciao! 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 !